Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Video. In meinem letzten Tutorial habt ihr gesehen, wie ich hier eine neue Festplatte unter Windows initialisiere und hier zu meinem Rechner hinzufüge. Jetzt könnte ich im Prinzip Daten hier auf meine neue Festplatte übertragen und speichern. Aber bevor ich das mache, möchte ich euch noch zwei kleine Tools, Kostenfreie Programme zeigen, mit denen man eben auch die Festplatte prüfen kann. Also bevor ich hier irgendwelche wichtige Daten drauf speichere, möchte ich erstmal schauen, ob mit der Festplatte alles in Ordnung ist. Da gibt es zum einen Crystal Disk Mark. Das ist ein kleines Tool, mit dem man die Geschwindigkeit der Festplatte messen kann. Also hier einmal Angaben Lesegeschwindigkeit und einmal Angabe Schreibgeschwindigkeit, bei mir 197 und 182 MB pro Sekunde. Was sehr gute Werte sind, ist eine sehr schnelle Festplatte, die ich habe. Ist übrigens eine Seagate Paracuda 8 TB. Link unten in der Videobeschreibung. Und wäre jetzt hier mit diesen Werten irgendwas nicht in Ordnung. Also zum Beispiel, dass die Lesegeschwindigkeit bloß bei 1, 2, 3 MB pro Sekunde liegt, wo man auch wirklich merkt, es ist extrem langsam. Dann hätte zum Beispiel was beim Versand passieren können. Also zum Beispiel die Festplatte wird viel rumgeschmissen. Dann könnte hier am Ende das Ergebnis so sein, dass hier irgendeiner von diesen Werten signifikant abweicht von irgendeiner Herstellerangabe. Oder was man sonst im Internet eben so als typische Werte für dieses eine Festplattenmodell findet. Bei mir ist hier alles in Ordnung. Wie gesagt, man kann hier eine beliebige Festplatte auswählen, dann hier die Geschwindigkeit testen. Und dann werden hier eben soweit die Daten auf die Festplatte geschrieben. Und man hat hier ein Ergebnis. Das hier ist ein kleines Tool. Kann man auf jeden Fall gut mal einsetzen, um zu schauen, ob die Performance soweit passt. Das zweite Tool ist hier CrystalDiskInfo. Also im Prinzip vom selben Anbieter. Das sind so diese zwei typischen Programme, die man hier eben für die Festplatten nutzen kann. Und bei CrystalDiskInfo bekommt man hier die Smart-Werte. Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Das ist so eine Art Selbstanalyse der Festplatte. Also im Prinzip hat es jede Festplatte eingebaut. Hier meine SSD und hier meine anderen Festplatten. Und da bekommt man zum einen solche Werte wie zum Beispiel, wie oft die eingeschaltet wurde. Wie viele Betriebsstunden die Festplatte hat. Aber auch hier unten, und das ist eigentlich ganz wichtig, solche Parameter wie Lesefehlerrate oder zum Beispiel Suchfehler. Und hier in dem Fall ist es zum Beispiel so, man hat einen aktuellen Wert und einen schlechtesten Wert, der jemals gemessen wurde. Hier ist der aktuelle Wert der gleiche wie der jeweils schlechteste Wert. Also sprich, hier hat sich noch nichts groß getan. Es gab keinen einzigen Lesefehler. Und ab einem bestimmten Grenzwert würde hier dieses Programm, hier zum Beispiel den Gesamtzustand, nicht mehr als gut, sondern als schlecht auswerten. Werten und man müsste dann eben schauen, was macht man mit der Festplatte. Lieber zur Sicherheit erstmal alle Daten sichern, denn die könnte eventuell demnächst kaputt gehen. Und so kann man hier eben sich das Ganze anschauen und kann hier eben die entsprechenden Parameter untersuchen und eben auch die Werte. Hier meine neue Festplatte, die sieht mal gar nicht gut aus. Hier Lesefehlerrate sind wir schon relativ schlecht. Ich habe hier auch in den Rohwerten was drinstehen und deshalb, obwohl sie null Betriebsstunden hat und gerade dreimal eingeschaltet wurde. Hier muss man wissen, dieses Tool Crystal Disc Mark funktioniert so mit den meisten Festplatten ausgezeichnet, außer mit Seagate Festplatten. Das ist so eine Besonderheit, wo sehr viele, sag ich mal, Käufer von dieser Festplatte erstmal irritiert sind. Und zwar hier dieser Rohwert. Den kann man sich hier unter Optionen, erweiterte Optionen, Rohwerte, kann man sich den auch nicht in hexadezimal, sondern in dezimal anzeigen lassen. Und dann habe ich hier einen ziemlich hohen Wert drinstehen. Bei meinen ganzen anderen Festplatten habe ich jeweils den Wert 0, also 0 Lesefehler. Und hier kommt eben das Programm ein bisschen durcheinander mit dieser Seagate Festplatte. Ich habe hier einen relativ hohen Wert drin, aber bei den Festplatten muss ich mir den hexadezimalwert anschauen. Und sind hier meine ersten vier Nullen, also beziehungsweise die ersten vier Angaben auf 0, ist mit der Festplatte alles in Ordnung. Erst wenn hier an der letzten Stelle eine 1 kommt, dann bedeutet es, es gab einen Lesefehler pro eine Million Lesevorgänge. Hier in meinem Fall ist eben alles in Ordnung und diese Werte hier sind falsch. Also zusammengefasst, dieses Programm Crystal Disk Info gibt eben eine gute Erkenntnis darüber, wie es aktuell um die Festplatte steht. Man bekommt hier eben schön übersichtlich alle Smart-Werte aufgeführt, außer hier bei Seagate Festplatten sollte man ein bisschen aufpassen und sich hier auf jeden Fall die Rohwerte anschauen und nicht hier diese errechneten Werte, sage ich jetzt mal, anschauen und vor allem hier nicht auf die Bewertung von Crystal Disk Info schauen. Ja, zusammengefasst mit meiner neuen Festplatte ist alles in Ordnung. Die Performance passt hier auch, die Werte, die hier angegeben werden, passen soweit auch und ich kann sie problemlos verwenden. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit etwas beibringen. Bis dann, tschüss.